Hallo zusammen, heute haben wir mal wieder eine Produktvorstellung und heute sprechen wir mal über die Roba-Kontrolle des Hauses und die bringt gewisse Vorteile mit sich und die möchten wir euch mal vorstellen. Vorteil Nummer eins ist zum Beispiel weniger Mängel. Wir gucken ja doch das ganze Haus durch, also nicht nur durchs Haus, sondern auch ums Haus herum. Vom Dach begonnen, meistens fangen wir beim Dach an und gehen dann eben, das habt ihr bestimmt aber auch in unseren Videos schon gesehen, gehen dann eben über die Fassade runter auf den Sockel, gucken uns die gesamten Anschlüsse an, gehen dann ins Haus eben rein, schauen uns da Fenster von außen, von innen, sämtliche Anschlüsse, was die Verkleidungen angeht, die Treppenbereiche, also alles was man jetzt im Roba-Zustand so sieht, das schauen wir uns eben an und dokumentieren da in dem Fall auch dann die entsprechenden Mängel. Manchmal schauen wir auch Grenzfälle an, das heißt Mängel werden ja auch mit einer DIN-Norm meistens belegt. Wenn wir sagen, okay, wir befinden uns zwar noch in der DIN-Norm Roba-Kontrolle sinnvoll statt, also das ist, wir haben ein relativ großes Zeitfenster, das kann, ich sage immer so roundabout zwei bis vier Wochen nach der Hausstellung, ja. Warum zwei Wochen oder warum ab der zweiten Stellwoche, so muss man es eigentlich sagen. Erstmal müssen die das Haus in Ruhe stellen und das Dach muss eingedeckt sein. Warum das Dach? Damit wir eben auch da die ganzen Anschlüsse sehen können und auch sehen können, ist das Dach ordentlich eingedeckt, sind irgendwelche Ziegel abgebrochen, das ist einfach wichtig. Und dann als letzter Moment ist eben dann der Zeitpunkt, kurz bevor der Estrich eingebaut wird, ja. Weil, wenn der Estrich mal drin ist, dann ist einfach die Option verfallen, dass man noch Wände korrigieren könnte im Innenraum, ja. Das ist ein typisches Beispiel, kurze Wandstücke in den Bädern, die neigen gern mal dazu, auch falsch geneigt zu sein, ja. Und demnach würde sich das dann auch wieder spiegeln in dem Fließenspiegel, also in der Fließen, Bodenfliese oder Wandfliese. Und das kann man dann einfach im Nachgang nicht mehr korrigieren. Da kann man die Fliese nicht mehr so anarbeiten, dass es dann eben wieder gerade wäre. Dahergehend ist es wichtig, dass man das Ganze eben vor dem Estricheinbau kontrolliert. Und das ist, wie gesagt, ein Zeitraum in der Regel von zwei bis vier Wochen, sagen wir es mal so, oder ab der zweiten bis zur vierten und insgesamt roundabout drei Wochen in dem Rahmen. Genau. Und damit ihr das auch noch versteht, wenn jetzt zum Beispiel, wenn man bei dem Beispiel bleibt mit dem Fließenspiegel, wenn das jetzt so ist, dass der schief ist, dann fällt das logischerweise erst kurz vor der Hausübergabe auf. Und wie die Amelie das schon gesagt hat, dann kann man keine Wände mehr korrigieren. Und dann kann man nur noch mit dem Bauleiter des Hausbauunternehmens darüber streiten, wie hoch ist jetzt eigentlich die Gutschrift. Genau. Und der Bauherr ärgert sich ein Leben lang darüber und der Bauleiter sagt vielleicht, das ist uns maximal 500 Euro wert und schon hat man Streitfallen und kriegt ihn wahrscheinlich auch nicht zufriedenstellend gelöst. Zumindest nicht so, dass beide happy sind. Und das wollen wir mit dieser Europakontrolle vermeiden, dass es also später weniger Mängel bei der Übergabe gibt. Das ist erstens das und zweitens auch, man verzögert es. Also der nächste Punkt neben den Mängeln, die man findet, ist natürlich auch, dass wir schauen, dass man halt Verzögerungen vermeidet. Weil Zeit ist Geld, das wissen wir alle. Und wir wollen ja, dass es so reibungslos wie möglich vonstatten geht, das Ganze. Und wenn man eben einen Mängel oder einen Mangel früh möglich erkennt, dann kann man auch entsprechend reagieren. Wenn man den zu spät erkennt, ist es meistens mit einem riesen Aufwand dann verbunden, wenn man überhaupt noch beheben kann. Und das würde einfach den ganzen Bauablauf durcheinander bringen, weshalb eben diese Europakontrolle auch dafür da ist, dass es nicht nur Mängel findet, sondern eben, wenn gefundene Mängel da sind, dass es auch keine Verzögerungen gibt. Ja, das ist ganz wichtig. Genau, weil es wäre dann ja wieder so, wenn es eine Verzögerung gibt, das heißt, wenn der Mangel noch beheben werden könnte und es gibt eben keinen Streit bei der Hausübergabe, ist es zwar erst mal gut, aber ihr müsst dann ja trotzdem länger Miete zahlen und länger Bereitstellungszinsen auf die nicht abgerufenen Beträge. Und das kostet dann wieder euer Geld. Und deswegen ist es halt hier wichtig, die Europakontrolle möglichst früh zu machen, bevor der Estrich drin ist. Gut, nächstes spannende Thema ist jetzt, wie organisieren wir das Ganze eigentlich? Jetzt bin ich ein Bauherr und möchte mit uns in Kontakt treten. Wie wäre der ideale Prozess, was ein Bauherr tun kann? Und direkt die Frage danach, kann auch ein Bauer danach cool bleiben? Weil manchmal ist es ja so, dass wir viel unterwegs sind, er vielleicht schon mal ein, zwei Tage nichts von uns hört. Also, wie geht man dann damit um? Genau, also in der Regel schreibt ihr uns ja über das Kontaktformular oder über unsere ganz normalen E-Mail-Adressen. Das ist jetzt in dem Fall die Baubegleitung at fertighausexperte.com. Und da landet man alle Termine eben in der Baubegleitung. Das heißt, da werden die Termine vereinbart. Ihr schreibt am besten ein paar Stichworte dazu. Das heißt, wo wird gebaut? Euer Name sowieso. Wo befindet ihr euch aktuell in der Bauphase? Seid ihr noch im Bemusterungsstatus oder seid ihr schon kurz zuvor? Das ist auch ganz wichtig, weil wir brauchen natürlich eine gewisse Vorlaufzeit, damit wir eben den Termin immer gut einplanen können. Also, die paar Infos mit rein und dann melden wir uns immer in einem Zeitrahmen von spätestens vier Tagen bei euch eigentlich. Werktage, sonntags arbeiten wir nicht. Nee, Werktage melden wir uns dann, aber normalerweise, wie gesagt, auch schon nach zwei Tagen. Und dann, ja, ist es ein Pingpong-Spiel. Also, ich werde dann gucken, welche Infos ihr schon übermittelt habt. Wie gesagt, Adressen sind wichtig. Gerne auch schon die Werk- oder auch Ausführungspläne genannt. Die dürft ihr gerne mitschicken. Die brauchen wir am Schluss vom Tag sowieso. Manchmal habt ihr die noch nicht. Dann dürftet ihr die gerne beim Hausanbieter schon anfragen. Und bestenfalls habt ihr auch einen oder bekommt ihr einen Bauablaufplan. Und anhand von dem Bauablaufplan können wir eben sehen, wann welche Arbeiten gemacht werden. Wann ist zum Beispiel auch der Estricheinbau geplant. Und anhand dessen können wir eben dann gut den Termin vereinbaren. Also, Adressen, Wohnadresse, Bauadresse, Telefonnummer, die Pläne und wie gesagt, ein Zeitfenster, entweder anhand eines Bauablaufplans oder eines Termins. Und die Daten, die sammeln wir, ja. Dann schreiben wir, wie gesagt, euch einen passenden Termin. Das Ganze ist am besten immer schriftlich. Einfach, weil auch die Auftragsvergabe oder die Auftragsbestätigung schriftlich bei uns erfolgt. Wir sind da recht, ja, easy. Sagen wir einfach, ihr sagt, ihr wollt es buchen. Dann sagen wir, okay, cool. Dann bitte hier einmal per E-Mail einfach eine schnelle Auftragsbestätigung durch. Und wie gesagt, dann machen wir alles Weitere dann auch per Mail. Und so circa eine Woche vor dem eigentlichen Termin, wenn wir genau wissen, wie sind unsere Fahrtstrecken, auch am Tag zuvor und in der Woche zuvor, wird sich dann der Bauleiter bei euch telefonisch melden und auch noch eine genaue Uhrzeit mit euch vereinbaren. Ich verstehe, dass ihr alle arbeiten müsst und dass ihr auch wissen müsst, okay, wann kommt er denn jetzt, der Bauleiter, wann besprechen wir uns vor Ort. Deswegen ruft ihr aber euch auch nochmal an und macht dann meistens gegen Mittag oder frühen Nachmittag einen Termin mit euch aus, zu dem ihr euch dann vor Ort trefft und dann eben euch mit dem gegebenenfalls auch eurem Bauleiter und eben unseren Bauleiter besprechen könnt. Okay, das ist auch ein guter Punkt, weil uns ist auch wichtig, dass ihr eine persönliche Betreuung bei uns bekommt. Wir haben also jetzt kein Callcenter irgendwo angeschlossen, die euch dann irgendwie einfach nur abfertigen würden, sondern es ist wirklich eine sehr persönliche Betreuung. Deswegen melden sich die Bauleiter auch so drei bis fünf Tage vorher bei euch, wie die Amelie das schon so schön gesagt und erklärt hat, damit ihr halt auch da, sage ich mal, eure Sorgen und Nöte auch dann entsprechend abladen könnt, wenn es die denn dann schon gibt. Das kriegen wir ganz am Anfang vielleicht noch nicht so gemanagt, deswegen machen wir das erstmal digital und alles per E-Mail, aber die Chefbetreuung gibt es dann, sobald der Bauleiter dann unterwegs ist, beziehungsweise euer Bauvorhaben auf dem Schirm hat und meldet sich, wie gesagt, drei bis fünf Tage vorher und kann dann mit euch euer Bauvorhaben besprechen und die Termine dann abstimmen. Genau. Genau. So ist der Ablauf. So ist der Ablauf. Also das ist die Robakontrolle. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns bucht und in der Sache vertraut und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.